Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Luminar 2018. Ich bin der Björn und im heutigen Video möchte ich dir mal die Ebenen von Luminar 2018 vorstellen. Welche Möglichkeiten gibt es und wie können wir mit den Ebenen arbeiten? Viel Spaß mit dem Video. Die Ebenen von Luminar 2018 finden wir hier rechts oben in der Filterleiste. Und zwar hier steht Ebenen, hier können wir mal draufklicken. Dann steht hier neue Nachbearbeitungsebene und darunter neue Bildebene einfügen. Das sind die beiden Möglichkeiten mit Ebenen in Luminar arbeiten zu können. So, wir fangen einfach mal an und werden hier eine neue Nachbearbeitungsebene hinzufügen. Wir klicken drauf und dann seht ihr hier Layer 0. Das heißt nichts anderes als wie die Ebene 0. Das ist die erste Ebene über unserem Originalbild. Eine Ebene ist eigentlich nichts anderes wie eine durchsichtige Folie, die ihr über euer Originalbild legt. Und auf diese Folie können wir jetzt arbeiten. Wir können darauf malen, wir können darauf radieren, wir können da ein anderes Bild drauflegen und so weiter. Wir werden jetzt hier einfach mal einen Filter hinzufügen. Und damit man das auch richtig gut sieht, nehme ich jetzt einfach mal den Schwarz-Weiß-Umwandlungsfilter. Da klicke ich einmal drauf und dann wird unser Bild schwarz-weiß. So, jetzt können wir natürlich hierher gehen und können eine Bearbeitung durchführen. Wir können hier die Belichtung anheben, dann sieht das Bild total hell aus. Wir können es auch ins Dunkle ziehen. Wir können den Kontrast anheben, wir können den Kontrast natürlich auch verringern. Also wir können jetzt hier ganz normal auf unserem Bild bzw. auf unserer Folie, auf unserer Klarsichtfolie arbeiten. Denn, das ist jetzt nichts anderes, wie einfach den Filter auf eine Klarsichtfolie oben drauf gelegt. Und unter diesem Filter oder unter dieser Klarsichtfolie befindet sich immer noch unser Originalbild. Das kann ich euch zeigen, indem ich jetzt hier einfach mal auf das Auge klicke und dann ist dieser Ebene ausgeblendet. Das heißt, wir sind wieder auf unserer Original-Ebene oder auf unserem Originalbild. Wenn ich die jetzt wieder einblende, wird das Bild wieder schwarz-weiß. Wenn ich jetzt hier auf Sättigung gehe und ich sage, ich möchte aber nur eine Teiltonung hier vornehmen und sage ich mal, ich möchte jetzt nur die Blautöne im Bild zurückholen, dann sieht das so aus. Ich kann aber auch sagen, okay, ich möchte alles schwarz-weiß lassen, möchte aber nur den Rot-Ton und den Gelb-Ton zurückholen. Ich sage mal, ich zeige euch das jetzt zu Demonstrationszwecken, so würde ich das normalerweise nicht bearbeiten. Aber zur Demonstration sieht das eigentlich nicht schlecht aus. Also, um euch das darzustellen, wie das aussehen kann. So, das war jetzt zum Beispiel Ebene 1. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen aber hier noch was anderes drauflegen, dann können wir sagen, okay, wir nehmen hier das Plus oder Minus. Das ist genau dasselbe, als wenn ihr hier auf Ebenen klickt. Ich zeige euch das. Er fügt ebenfalls eine neue Nachbearbeitungsebene hinzu. Und jetzt sind wir auf der Ebene 1. Das heißt, wir haben hier eine weitere Klarsichtfolie über unser Bild und über die erste Folie hinweggelegt. Auch hier können wir wieder sagen, okay, wir wollen einen weiteren Filter hier drauflegen. Ich gucke mal durch, was sich jetzt hier lohnt, um euch das mal zu zeigen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal Beleuchtung oben und unten. Den legen wir jetzt auch mal hier drauf. Und jetzt zeige ich mal, jetzt haben wir hier den nächsten Filter in unsere Ebene 1 hineingepackt. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier den unteren Bereich aufhellen. Ihr seht das. Ich helle den jetzt mal auf. Und ich könnte jetzt daher gehen und könnte sagen, den oberen Bereich möchte ich abdunkeln. Dann kann ich hier auch noch anpassen, in welchem Bereich er das jetzt den Horizont verschieben zum Beispiel. Oder hier sieht man das auch ganz gut. Das ist quasi der Übergang, den ich euch jetzt hier zeige. Aber das lassen wir alles mal so, wie es sein sollte oder wie es vorgegeben ist. Denn ich möchte euch ja jetzt noch was anderes zeigen. Wir haben jetzt also auch diesen Filter hier oder diese Ebene hier drauf gelegt. Und wenn ich jetzt die Ebene ausblende, sieht das Bild so aus. Und wenn ich die auch noch ausblende, dann sind wir bei unserem Originalbild wieder. Und alles ist wie vorher. So, jetzt kann ich daher gehen und kann mir das anzeigen lassen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch mein Originalbild und Ebene 1 aktiv. Ebene 2 ist weiterhin ausgeblendet. Ebene 2 müsste ich dann auch über das Auge hinzuziehen. Und du kannst auch die einzelnen Ebenen nach oben oder auch wieder nach unten schieben. Das einzige, mit dem du das nicht machen kannst, das ist natürlich hier unser Originalbild. Das liegt immer als unterstes Bild unter allen anderen Ebenen. Ihr seht auch hier, da ist ein Schloss dahinter. Das kannst du nicht bewegen. Also nochmal, ihr könnt auch hier linke Maustaste gedrückt halten. Und dann schiebt ihr das einfach nach oben. Manchmal hakt das ein bisschen. Aber, dass hier das eine oder andere hakt, wenn man hier irgendwo drauf klickt. Daran haben wir uns ja nun mittlerweile bei Luminar gewöhnt. Mal sehen, ob Skylim das irgendwann wegmacht oder wegbekommt. Ja, das ist die eine Art und Weise, wie man mit Ebenen arbeiten kann. Die zweite Art und Weise, ich blende jetzt mal die beiden Ebenen aus. Das sind die beiden Nachbearbeitungsebenen. Und die zweite Möglichkeit, hier mit Ebenen arbeiten zu können, besteht ebenfalls wieder hier, neue Nachbearbeitungsebene. Und dann seht ihr hier, jetzt musste ich das gerade einmal nach oben schieben. Jetzt seht ihr hier, ist die dritte Ebene mit dem Namen Layer 2. Und hier können wir dann, beziehungsweise wir hätten das auch schon hier in der ersten Ebene, beziehungsweise in der zweiten Ebene machen können. Hier können wir natürlich auch selektiv anpassen. Ich sage mal, wir nehmen hier auch wieder den Schwarz-Weiß-Filter, nehmen hier den Pinsel und können jetzt hier reinmalen. Er springt dann einmal rum, er zeigt uns dann das Farbbild an, weil wir wollen ja das Schwarz-Weiß hier ins Bild malen. Das heißt, er muss uns ja hier erstmal die Farbebene anzeigen, bevor wir dann Schwarz-Weiß übermalen können. Also ihr seht, ihr könnt auch mit den Ebenen selektiv arbeiten. Ihr könnt euch eure Filter auf eine eigene Ebene legen und könnt dann selektiv, in dem Fall den Himmel, jetzt einfach mal Schwarz-Weiß machen. Es ist natürlich jetzt nicht sauber gearbeitet, aber für Demonstrationszwecke, denke ich mal, ist das in Ordnung. So, und dann blende ich uns das wieder aus und zeige euch jetzt noch eine Möglichkeit, denn hier haben wir ja noch die Möglichkeit, eine neue Bildebene einzufügen. Das heißt, er fragt uns jetzt nach einem zweiten Bild. Ich klicke hier drauf und ich habe jetzt hier mal, ja, ich sage mal Overlays vom Himmel und dann möchte ich euch einfach mal zeigen, was man mit dieser neuen Bildebene machen kann. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hatte in der Testphase bzw. in der Testversion hatte ich mir eben einen schönen, ja, ein schönes Overlay herausgesucht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo es ist. Hm, wo war es? Ich glaube, es war das hier. Oder war es das? Nein, ich glaube, es war das hier. So, jetzt hat er uns natürlich hier das Bild oben drüber gelegt. Das hier ist unser Original. Und wenn ich das jetzt hier wegmache, also das Auge klicke, dann ist das auch wieder eingeblendet. Also, wir haben jetzt über unserem Originalbild diese drei derzeit ausgeblendeten Nachbearbeitungsebenen und über all den anderen noch eine zusätzliche Bildebene. So, was können wir damit jetzt machen? Ich blende die wieder ein. So. Und sage jetzt, ich möchte mir den Mond ins Bild malen. Das heißt, ich aktiviere mir hier wieder den Pinsel. Malen und radieren kommt hier. Wir lassen das alles mal bei 100%. Und fangen jetzt an, in unser Bild zu malen. Das können wir so machen, dass wir hier erstmal den Mond reinmalen. können jetzt aber auch dahergehen und können uns aus unserem Originalbild diesen schönen Farbton hier, dieses Gelb, wieder zurückmalen. Das geht auch. Wenn ich hier drüber male, sollte er das eigentlich wegmachen. Jetzt macht er das nicht. Das ist natürlich typisch Testzweck. Wenn ich jetzt hierher gehe, malt er mir das wieder rein. Ah, okay. Er hat hier, wie gesagt, manchmal so leichte Probleme, dass ihm das alles nicht so gefällt. Aber, ich denke, ihr versteht, was ich meine und ihr seht, was hier passiert. Können wir hier nochmal drüber gehen. Können wir das Ganze auch nochmal eine Ecke größer machen. Und nehmen hier einfach mal die Größe ein bisschen runter. und dann malen wir uns unseren Mond hier wieder rein ins Bild. Das ist jetzt natürlich alles nicht wirklich sauber. Dasselbe können wir jetzt natürlich hier nochmal machen, indem wir hier am Rand lang gehen, um dann diesen blauen Schatten hier rauszubekommen. und dann gehen wir jetzt einfach mal wieder hier auf Anbildschirm anpassen. Und, naja, es sieht jetzt nicht wirklich ganz so toll aus. Ich gestehe, ich hatte da einen anderen Mond eben im Hintergrund. Ich zeige euch das jetzt nochmal an einem anderen Bild. Wir nehmen einfach das hier, Pinsel, malen rein, klicken einmal drauf und dann machen wir hier die Größe nochmal deutlich größer. Zeige ich euch das hier nochmal so im Schnelldurchgang. kann man das so hier machen und dann haben wir uns einen Mond in unser Originalbild hinein gemalt. Ja, ihr seht, mit den ebenen Arbeiten macht Spaß. Da kann man echt wunderschöne Composings machen. Da kann man wunderschöne Sachen zusammensetzen. Es ist natürlich nicht zu vergleichen wie, sage ich jetzt mal, Photoshop, wo man vielleicht, ja, vorgefertigte Bildelemente in ein anderes Bild mit hineinbauen kann. Das geht sicherlich auch. Dafür müsste man dann aber wieder mit Photoshop oder mit irgendeinem anderen Programm arbeiten, um zum Beispiel den Mond hier so komplett freizustellen, dass ich den Mond auf einer Ebene habe mit, ja, ähm, ich sage jetzt mal mit, ohne dass irgendwas anderes noch mit auf dem Bild zu sehen ist. Dann kann man einfach drüber malen und, äh, malt sich seinen Mond ins Bild. Ähm, das funktioniert in Lumina so nicht so wirklich oder beziehungsweise das ist auch nicht Sinn und Zweck von Lumina, ähm, da irgendwelche, äh, sage ich jetzt mal, Composings zu erstellen. Ich bin aber der Meinung, dass es für solche Zwecke, auch wenn das jetzt nicht unbedingt hundertprozentig real aussieht mit der, ja, mit dem, mit dem Sonnenuntergang hier auf der linken Seite und rechts dem Mond, der da schon am Himmel steht, klar, dieses Bildszenario gibt es mit Sicherheit oder diese Konstellation, ähm, aber man merkt halt hier doch, es ist halt auch jetzt einfach nur mal zu Testzwecken, um euch das zu zeigen, was mit den Ebenen machbar ist, wie sie funktionieren, ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, ist das eine sehr gute Möglichkeit, um sein Bild auch noch mal auf eine gewisse Art und Weise aufzupeppen. Ich bin am Ende des Videos angekommen und hoffe, dass du wieder ein paar nützliche Informationen für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dalassen würdest und wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du ein Abo hinterlassen würdest und die Infoglocke aktivierst, dann bekommst du immer eine Mitteilung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Im heutigen Video würde ich gerne von dir wissen, hast du dir schon oder hast du schon mit Ebenen gearbeitet hier in Lumina? Wenn ja, schreib mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!